Ich sag's Ihnen ganz offen. Es gibt Lebensläufe, mit denen du immer leichter. Selbstständiger Hochzeitsmusiker, buddhistischer Mönch, selbstständiger Sexdienstleister. Was braucht man da für Qualifikationen eigentlich? Das ist mehr so eine Mischung aus Talent und Erfahrung. Und natürlich anatomische Vorteile. Herr Georg Hillmayr? Ja. Einfach verschwinden und niemandem was sagen. Das macht mich nicht. Ich hab dich gesucht, Georgie, weil du was bei mir vergessen hast. Das ist der Waldemar, unser Sohn. Es war hart wie ich allein mit ihm war die ersten 18 Jahre. Monate, 18 Monate, bei 18 Jahren hätte ich noch ein schlechteres Gewissen. Ich bin wieder da. Halt einmal kurz. Du bist echt Unternehmerin? Kennst du das Lovebird? Das hat nach dem Wirtschaftskamil Innovation über 2020 gewonnen. Hä, was ist das? Ein Buff für Frauen. Ganzheitliche Wellness. Wir wollen endlich unser Geld. Bitch. Moment einmal, Bitch, da sind wir da. Idee geht das. Vertrieb vom Inkassobüro. Idee. Du brauchst ein Geld, sie hat gern. Die Schingolons hätte ich noch gerne gesehen. Ach so, da sind wir gerade in der Um-, äh, in der Findungsphase. Ich zeig' einmal Papa. Ich zeig' einmal Papa. 피õista.